Ich habe ein Auto jetzt hier und ihr könnt mir helfen, das anzumalen. Drückt jetzt auf den Like-Button in 3, 2, 1... Oh, oh, es ist ein Regenbogen-Auto, Leute, wie cool! Das ist auf jeden Fall nicht das einzige Auto, was wir heute malen werden, denn wir werden heute... Oh, pass auf hier! Und ein Auto nämlich malen. Und das nicht nur einmal, Leute, sondern richtig, richtig oft. Wir wollen nämlich heute das krasseste Auto malen, um quasi hier das Endlevel zu schaffen. Wir haben sogar ein geradees Geschenk bekommen, Leute, bei diesem Mal-Auto-Spiel. Und das wird heute auf jeden Fall mega, mega cool werden. Das war auf jeden Fall noch relativ einmal, Freunde, aber jedes Level wird schwieriger. Ich kann zum Beispiel jetzt hier anfangen, wieder schön zu malen. Jetzt machen wir hier schön einfach ganz kurz hier einen Kreis. So, hier geht es weiter. Wir haben auf jeden Fall noch oben, ihr könnt es sehen, 70% von unserer Tinte. Dann machen wir noch ganz kurz hier eine richtig coole Flagge rauf, Leute. So, eine kleine Flagge. Die kriegt ihr dann erstmal ganz kurz hier. So, wie die aussieht. Das ist dann wahrscheinlich so England oder sowas machen wir dann, ne? Und dann machen wir nochmal hier schön so kleines, äh, Muster jetzt hier, Leute. So, das Muster dann hier nochmal. Zack und zack. Und, oh Gott, nein, die Reifen sind... Och, er hätte doch einfach das Reifen... Oh, er hätte den Reifen noch da hin machen sollen. So, pass auf, Leute. Jetzt machen wir auf jeden Fall hier ein richtig, richtig crazyhaftes Auto. So, und zack. Hahaha. Okay, sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Mal gucken, ob wir mit dem Auto jetzt hier rüberkommen. Und wir haben das Ding eingesammelt, aber wir hängen jetzt hier fest. Das heißt, es muss ein relativ flaches Auto sein. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. So. Sieht eigentlich relativ flach aus, muss ich sagen. Also, ich glaube, flacher geht es gar nicht mehr. Und jetzt können wir hier schön reinfliegen, Leute, ins Ziel. Sehr gut, auf jeden Fall. Aber, das war noch nicht alles. Wir haben schon wieder ein neues Geschenk, Leute. Schon wieder ein Donut. Oha. Jetzt haben wir Donut-Autos. Beziehungsweise Donut-Auto-Reifen. Ich kann zwar ganz kurz, kann ich jetzt irgendwie so ein richtig cooles, äh, Hagi-Wagi-Auto mal checken. Pass auf, jetzt mache ich hier schön den Kopf von ihm, Leute. So, der Kopf ist auf jeden Fall da. Dann kommen jetzt hier, äh, der Mund und die Zähne. Pass auf, jetzt hier der Mund. Dann kommen jetzt hier die Augen. So. Hier sind die Hagi-Augen. Pass auf, warte. Zack, okay. Und dann müssen wir hier unten, einmal ganz kurz hier wieder, so. Okay, mein Hagi-Auto ist auf jeden Fall fertig. Ey, sieht gar nicht mehr so schlecht aus, Leute, oder? Was denkt ihr? Ich finde es eigentlich echt cool. Ey, sagt mir nicht. Komm schon. Bitte. Es hängt fest. Das kann doch nicht sein. Das war so ein cooles Meisterwerk, Leute. Egal, dann machen wir jetzt hier auf jeden Fall den Drahtesel. Haha. Sieht auf jeden Fall auch nicht schlecht aus. Aber, man, ich habe es gerade so gut gemalt, Leute. Unser Hagi-Auto kann jetzt aber nicht ins Ziel fahren, oder was? Das ist ja unfair dafür, ne? So, jetzt haben wir hier, okay, jetzt müssen wir überlegen. Wir können jetzt hier quasi, hier müssen wir rüber und hier müssen wir durchkommen. Wir können theoretisch, ich habe auf jeden Fall eine Idee. So eine kleine Box mal, Leute. So. Pass auf, so ein Auto mit so einem Zylinderhut. Oder warte, pass auf. Ich mache hier so ein richtig stabiles Auto, Leute. So, pass auf. Jetzt hier schön hinten. Guckt jetzt hier noch so ein Spoiler ran, Leute. Das Spoiler ist hier noch dran. Ey, warte, pass auf. Ich mache jetzt einen Helikopter. Ich mache jetzt einen Helikopter, Freunde. Wer hat denn gesagt, dass ich ein Auto malen... Nein. Nein. Oh Gott, bitte sag mir, dass es funktioniert. Oh. Nein. Ey, das wäre ja zu cool gewesen. Aber die kommt jetzt gar nicht mehr so schlecht aus. Ich glaube, wir müssen wir das Ding ein bisschen flacher malen. Deswegen kriegen wir es so jedenfalls hin. Das hier ist jetzt einfach so ein Korn-Dog. Und ich glaube, dass das jetzt durchkommen sollte, Leute. Oh, 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 doch. Okay, okay, okay. Es hat es auf jeden Fall geschafft. Wir haben schon wieder ein neues Grazgeschenk. Mit einem neuen Reifen. Und es ist einfach... Oha, soll ich hier spiken? Nee, ich habe... Oh, das habe ich gerade bekommen. War das gerade so ein anderer Reifen oder so, Leute? Ich glaube schon. Also hier müssen wir kurz gucken. Können wir hier vielleicht... Oh, warte mal. Ich habe eine Idee, Leute. Können wir vielleicht jetzt hier sowas richtig... Oh, warte jetzt. Das war jetzt nicht so gut. Und zwar muss ich jetzt hier anfangen. Jetzt bauen wir hier so eine kleine Rampe, die uns dann so hoch macht. Das heißt, hier macht das ganze Ding uns hoch. Ey, das wird jetzt fast so ein Riesenboot, Leute. So, und dann einmal ganz kurz... Zack. So, mal gucken, ob wir damit jetzt uns hier hochackern können. Jein. Ah, warte mal. Ich will die Sonne bekommen. Ich habe jetzt eine Idee, Leute. Und zwar hier kommt das Rad. Dann kommt das Rad auch nochmal ganz kurz. Pass auf. Warte, ich überlege jetzt mal ganz kurz. So, hier hoch. Und dann kommt hier so eine... Stütze, Leute. Und hier kommt nochmal der Reifen ran. Das heißt, so, jetzt haben wir... Ah, nein. Nein, 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 nein. Oh Gott, nein. Ey. Guck mal, wie lang sind wir jetzt gerade fahren. Ey. Ich... Ich glaube... Können wir damit... Hallo? Können wir damit überhaupt nach vorne kommen? Geht das überhaupt, Leute? Können wir mit dem Wagen überhaupt... Ich glaube, das wird ganz, ganz schlecht. Ja, okay. Ne, ne, ne. Wir brauchen einen neuen Wagen. Was ist, wenn wir jetzt hier einfach so ein richtig langes, äh, Dings holen, Freunde? So, und dann müssen wir einmal ganz kurz hier... Pass auf. So, und die Reifen ran machen. Mal gucken, ob das vielleicht funktioniert. Es sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus und, äh... Ja, das geht nicht. Egal, der macht mir auf jeden Fall jetzt hier den langen Lachs, ne. Der lange Lachs ist auf jeden Fall immer zuverlässig. Der hat es jetzt noch nicht enttäuscht. Ich hätte jetzt aber gerne oben die Sonne bekommen, ne. Ich frage mich gerade, wie wir das hätten machen können, Leute. Ich meine, wir wollen ja auf jeden Fall noch hier die ganzen Geschenke freischalten. Guck mal, jetzt haben wir hier wieder ein neues. Was gucken? Goldene Räder. Ich glaube, goldene Räder ist richtig crazy. Was ist das jetzt hier, Leute? So ein, äh, Viereck. Müsst ihr da irgendwie rüber? Ich glaube, wir brauchen jetzt hier ganz kurz einmal ein bisschen Schutz. Das heißt, hier mache ich jetzt so einen kleinen Schutzwall. Da kommen wir jetzt erstmal ganz kurz hier ran, Leute. Und jetzt mache ich jetzt hier, pass auf, ich mache jetzt so eine kleine Robbe. Das heißt, hier jetzt kommen wir jetzt so ran. Dann kommen jetzt hier einmal ganz kurz die Augen. Die Augen von der Robbe, so eine Among Us-Robbe, ne. Mit so einem kleinen Hut, Leute. Und dann kommt hier unten, zack, das Rad. Und es sieht eigentlich gar nicht mehr so schlecht aus. Und wir können jetzt den... Ah! Wir müssen, glaube ich, Leute, wir müssen dieses Viereck-Ding nutzen, um quasi... Okay, ich habe eine Idee. Okay, um dann quasi da rüber zu kommen, ne. Das heißt, hier auf jeden Fall so, hier unten, das so machen. Und dann einmal ganz kurz, äh, boop. Okay, Alien-mäßig. Dann nochmal Alien-mäßig. Und hier auch nochmal. Und jetzt mal gucken, wenn wir jetzt hier schön das Ende machen, Leute, mit den Reifen. Ob wir jetzt hier rüber kommen. Oh, ja, Leute. Unser Chef-Kochmobil hat es einfach gerade geschafft. Das war jetzt gerade echt sehr, sehr überraschend. Jetzt haben wir hier sogar zwei solche Teile. Und ich glaube, wenn wir jetzt hier einmal ganz kurz so ein kleines Aufgabelungs-Ding machen. Das heißt, hier kommt erst mal, zack, das eine Ding, Leute. Hier kommt auf jeden Fall Reifen. Dann kommt hier so ein kleines, äh, pass auf, so ein kleines Teil, was das Ganze so aufsammeln wird. Ich hoffe, das wird auf jeden Fall klappen. Und dann kommt hier der Reifen ran, ne. Und jetzt sollte ja eigentlich das Ding so mitgenommen werden. Oder, oder. Oh, 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 oh. Oh, ja. Okay, es war gerade geil, was es steigt. Das haben wir nur einen Versuch gebraucht, ne. So, warte mal. Jetzt möchte ich auf jeden Fall hier oben das Teil mitnehmen. Was ist, wenn wir jetzt hier einfach ein Auto machen, was so richtig crazy, pass auf, wenn das jetzt die ganze Zeit so, wenn das jetzt die ganze Zeit so fährt. Pass auf, wenn wir jetzt ein bisschen Geometrie machen, Leute, ein bisschen Physik und so. Wenn wir jetzt genau, guck mal. Ja, 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 ja. Oh, was? Das hat funktioniert. Das hätte ich jetzt ja gerade gar nicht gedacht, Leute. Okay, schon wieder gerade so gesteckt. Das machen wir jetzt wieder auf. Hä, das war ja gerade richtig komisch. Und ich habe neue Reifen und zwar so Zielscheiben oder sowas, ne. Oder ne, habe ich jetzt gerade, ne, ich habe schon wieder gerade goldene Reifen. Ja, das war ja gerade richtig merkwürdig. Hier könnten wir eigentlich dasselbe Prinzip anwenden. Aber vielleicht mit ein bisschen Gewicht in die Richtung, ein bisschen Gewicht in die Richtung. Und dann, äh, zack. So, und jetzt, Leute. Oh, 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 nein, nein, oh, wow, ho, 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 was? Oh, Gott. Oh, Gott, was passiert jetzt? Das war alles geplant. Das war alles geplant, Leute. Hä? Jo, komm schon. Nein, jetzt hängt er fest. Ey, Leute. Okay, warte mal, was ich denn jetzt hier so mache? Wir fahren jetzt quasi hier mit so einem Weedie lang, Leute. Jo, okay. Das ist schon überpowert, Leute. Wenn wir jetzt hier unser Ding so malen, warte mal jetzt. Hier müssen wir kurz gucken. Hier brauchen wir einfach ein etwas rundes Dach, Leute. Das heißt, hier ein abgerundetes Dach. Und dann hier kommt der Reifen auf jeden Fall ran. Dann müssen wir ganz kurz überlegen, dass wir hier so eine kleine Erhöhung haben. Ja, das ist unsere kleine Antenne. Mit einem Punkt nicht vergessen. Hier so ein dicker Punkt. Und dann können wir eigentlich nochmal ganz so ein kleines Fenster ran machen. Ähm. Und, äh, Lenkrad auch nochmal hier ran machen. Und dann, zack, Leute. Die Reifen malen. Das sieht gerade echt nicht schlecht aus. Können wir jetzt hier... Oh. Ja. Es leckt. Warum leckt das so? Oh, wir haben es aber geschafft, Leute. Wir sind ins Ziel reingekommen. Das war gerade echt so richtig gut, ne? Also hier. Das ist ja voll einfach. Dann machen wir einfach nur so, oder nicht? Hä, wenn wir jetzt einfach so rüberfahren, das wäre doch übertrieben simpel. Und sogar das bekommen. Also das war ja einfach, Leute. Ich glaube, ich hatte noch nie so ein einfaches Level. Hier können wir uns eigentlich auch relativ easy, äh, einhaken. So, Leute. Eingehakt. Und mal gucken, ob das Ganze jetzt hier funktioniert. Oh, 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 oh. Ähm. Ich glaube, dass wir festhängen. Äh. Ich kann mich auch irren. So, machen wir mal ganz den Spoiler so nach hinten. Nein. Oh Gott. Das war geplant. Das war geplant. Ah, nicht geplant, Leute. Das war nicht geplant. So, warte mal. Wenn ich jetzt nochmal hier so mache. Zack, das Ding nach oben. Und jetzt nochmal den Reifen mitmachen. Ich glaube, dann können wir eigentlich jetzt, genau, das können wir jetzt mitnehmen. Aber wir hängen fest. Wir hängen fest. Wir müssen irgendwie so machen, dass wir mitgenommen werden, ne? Okay, warte mal. Reifen. Kleiner Bogen. Und dann hier unsere nochmal Reifen. Also, wenn wir jetzt nicht mitgenommen werden, müsste doch eigentlich funktionieren, oder nicht? So, jetzt hier. Ja, 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 ja. Nein. Nein, das ist zu lang. Okay, wir müssen das Ganze ein bisschen kleiner machen. Das heißt, so. So. Und so. Und jetzt sollten wir eigentlich so rübergeschossen werden, Leute. Von dem kleinen Teil. Mal gucken. Ja. Ja. Genau meine Idee, Leute. Das sah ja so verrückt aus, ne? Das sah ja so verrückt aus. Das ist schon wieder ein gratis Geschenk. Mal gucken, was wir drin haben. Wir haben jetzt Reifen drin. Oh mein Gott, wir kriegen als nächstes die Regenbogen-Friends, Leute. Das ist ja übertrieben krass. Okay, warte mal. Das müssen wir auf jeden Fall schaffen. So, jetzt kurz, ganz kurz hier den langen Aal machen. Wir können ja gleich die Regenbogen-Friends bekommen. Das wäre ja unnormal heftig. So, hier. Das Ding leider nicht bekommen. Halb so wild, Leute. In 1.40 Uhr haben wir die Regenbogen-Friends. So, jetzt hier kurz mal gucken. Start drücken. Und. Ich glaube, wenn wir jetzt hier so einen schönen Wheelie machen. Mit so einem richtig kleinen, coolen Spoiler hier hinten, Leute. So, das heißt, hier haben wir so einen kleinen Spoiler. Und das ganze Ding geht auf jeden Fall, whoop, hier ran. Okay. Sieht gerade gar nicht mal so schlecht aus, Leute. Mal gucken, ob wir es schaffen. Oh. Ey, das sind ja so coole Autos, ne? Als ob wir hier einfach so krasse Autos machen, dass wir es direkt schaffen. So, hier können wir, glaube ich, auch nochmal schön durch. Aber mit so einem Rambock. Das heißt, wir brauchen jetzt hier so einen kleinen Rambock, Leute. So, zack, 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 zack. Dicker Rambock. Ganz, ganz dicker Rambock, Leute. Das sieht sehr, sehr heftig aus. Und jetzt ganz vorsichtig. Hey, warum ist denn da oben eine Decke? Was soll denn das? Okay, dann machen wir ganz kurz den jetzt hier, Leute. Nio, boop. Okay. Jetzt haben wir auf jeden Fall das Sturmfahrzeug, Leute. Das Tornadomobil. Und das kann jetzt hier schön durchbrettern. Und durch die ganzen Sachen durch, Leute. Besser geht es auf jeden Fall nicht. Hier müssen wir jetzt irgendwie das Teil hier bekommen, ne? Das sollte eigentlich kein Problem sein, wenn wir jetzt hier sowas machen. Und dann jetzt hier, glaube ich, den Reifen mitmachen. Mal gucken, ob das klappt, Leute. Ich glaube, das könnte eigentlich klappen. Aber jetzt ganz langsam nach vorne gehen. Denn der Reifen wird jetzt hier rangehen, Leute. Pass auf, der Reifen wird jetzt hier sich jetzt Power holen. Oh, schon Power. Hey! Das war die 180-Grad-Drehung. Wir fallen nach unten. Wir fallen nach unten. Okay, warte. Pass auf, wir machen jetzt ganz kurz den jetzt hier. Jetzt kann ich hier noch... Okay, ich wollte gerade noch so einen Zacken hinmalen. Der sollte aber eigentlich auch klappen. Der klappt nicht. Okay, ich glaube, wir müssen ein bisschen klein... Warte mal. Ich glaube, wir müssen das kleinste Auto einfach hinmalen, Leute, oder? Ich kann das angehen. Wenig Gewicht, wenig Gewicht. Oh, ich dachte, ich bin übers Tier rüber geflogen. Sehr gut. Und wir haben das gerade geschenkt. Und zwar, Leute, wir haben uns hier einfach die Regenbogen-Freunde. Sehr gut, Leute. Wenn ihr von der Web-Fahrer noch mehr sehen möchtet, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Check übrigens die beiden Videos aus. Out there, bis morgen. Ciao, ciao. Ciao.